hey ihr lieben willkommen zurück zu diesem kanal und willkommen zu diesem heutigen video wie ihr sehen könnt ich setze mal nicht einmal wieder in der grunde wie ihr sehen könnt ich habe eine kamera und an das hat den grund dadurch dass wir heute mal wieder umdekorieren werden wir haben heute den 23.11 genau ein tag und einen monat haben wir weihnachten oder freilich abend ja das hat den grund dass ich endlich mal meine herbstdeko entfernen muss so langsam weil jetzt habe ich dieses vorgendein gerade zeit dazu zu dekorieren nächstes war muss ich arbeiten übernächstes wahrscheinlich auch also muss ich jetzt machen den weihnachtsbaum bin ich mir noch relativ unschlüssig ein bisschen schon mal runter holen oder bitte nach oben lasse das weiß ich noch nicht so ganz das steht eigentlich so zu sehen noch nicht fest eigentlich ein bisschen früh weil wir jetzt heute gerade 23 haben ich meine wenn das video sieht dann wird es wahrscheinlich so um den vierten fünften sechsten sein ich muss einfach mal schauen muss ich mal gucken werde ich mir spontan sehr 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 einfallen lassen wir sagen holen mir die video standband war mir vorher eine video fragen und zwar habt ihr schon weihnachtlich dekoriert und habt ihr schon weihnachtsbaum und weil irgendwie sehe ich bei tiktok voll viele dass die den weihnachtsbaum schon unten haben wo ich denke hallo warum habt ihr den weihnachtsbaum alle schon unten das wäre nie so toll aber ja gut okay muss ich einfach mal schauen werde ich einen relativ spontan entscheiden ob ich den runter holen oder oben lasse sind würde ich sagen ich zeige jetzt mal was hier alles noch runter genommen wird und was ich eigentlich auch vor hatte und dann noch ein klein weihnachts deko haul den ich so die letzten tage geshoppt habe ja und ich glaube das war es eigentlich auch so würde ich sagen wir starten jetzt und ich wünsche euch ganz viel spaß so Musik Wie ihr sehen könnt, stehen hier eigentlich noch relativ viele Herbstsachen. Das ist eigentlich auch so der meiste, wo alles an Herbstdeko steht. Hier haben wir zum Beispiel das Herbst geschrieben mit ein paar Kunstblättern. Da draußen stehen auch noch Herbstsachen von den Kissen mal ganz zu schweigen. Da auf dem Tisch steht Herbstdeko, da steht Herbstdeko, da steht Herbstdeko, da steht noch ein bisschen was von der Weihnachtsdeko. Also haben wir alles bunt gemischt. Der wird ja nicht in der Umfang, weil ich den immer als Türstopper verwende, aber der muss auf jeden Fall auch noch oben. Ist eigentlich auch herbstlich. Ja, dann haben wir da theoretisch einen ganzen Adventskalender, die ich schon fast für euch alle abgedreht habe, bis auf zwei Stück. Der kam übrigens schon online und der Schmuck Adventskalender, der drüben liegt, der kam auch schon online. Ja, dann zeige ich mir eben kurz meinen Weihnachtsdeko-Hall. Da hinten sind auch jede Menge Weihnachtssachen. Da sind auch die Weihnachtskuchen, die ich für meine DIYs brauchte. Aber ich zeige mir eben kurz meinen kleinen Weihnachtsdeko-Hall. So, ich habe mir vor allen Dingen von Action so eine kleine Magic Village-Stadt geholt, könnte man sagen. So sieht die aus. Sie hat immer so zwei Laternen. Ein Schneemann, ein Weihnachtsmann und zwei kleine Tannenbäume. Da zeige ich euch gleich, was ich damit vorhabe. Dann habe ich mir so echte Tannen geholt. Zwei Stück. Weiß ich noch nicht. Ich fand die aber irgendwie gar nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich die irgendwie kreativ mache. Aber mir wird das schon gehen. Dann habe ich hier auch von Action. Das ist alles noch relativ aktuell. Das sind so Weihnachtsbäume. Mit LEDs drin. Vier Stück. Also auf dem kürzlich Kreuzstamm fand ich auch total tot. Kostet übrigens drei Euro. So, dann war ich lange überlegen, ob ich mir die mitnehme. Aber ich wollte sie unbedingt haben. Und zwar haben wir hier zwei wunderschöne Weihnachtskissen. Die hatten so verschiedene Motive. Aber das fand ich mega schön. Vor allem sind die richtig schön gefüllt. Ich glaube jeweils fünf Euro pro Stück normalerweise. Ich habe drei bezahlt, weil die gerade im Angebot waren. Und ihr seht, die glitzern so. Die haben so Glitzerpigmente. Das ist einfach nur die Vorderseite. Die Hinterseite ist weiß. Aber ja, dann können die auf jeden Fall nach oben. Die habe ich mir noch geholt. Also normalerweise fünf Euro pro Stück. Ich habe drei Euro pro Stück bezahlt. Ja, dann auf jeden Fall Batterien. Dann habe ich mir noch. Jetzt können wir auch zu diesem Kunstschnee geholt. Weil ich vorher hatte, den Kunstschnee so ein bisschen zu zerstrollen. Und das dann sozusagen da reinzustellen. Ich weiß nicht, ob es gut aussieht. Muss ich einfach mal schauen. Dann habe ich mir vier neue Kerzen geholt. Auch von Action für jeweils 79 Cent. Für meinen Schlitten Adventskranz. Was ich auch sehr, sehr cool finde. War so, mit dieser Kitsch. Das muss ich aber trotzdem machen. Und zwar ist das eine Decke mit Schneeflocken. Fand ich auch cool. Ich glaube, die gab es noch in rot und mit weißen Stiffflocken. Aber ich wollte eine weiße haben. Ja, das ist auf jeden Fall so mein kleiner Weihnachtsdiko. Ja, dann müssen wir noch hier mal einige Bilder ab. Wie da, da und auch das Helpsbild muss ab. Ja, das ist eigentlich das, was alles so gemacht wird und gekauft wurde. Ach ja, und noch eine Sache. Und zwar, entschuldige, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich sehe meine kleine Schlitten, den habe ich mir mal von Thun geholt. Den fand ich sehr süß, weil ich hatte euch ja beim letzten oder vorletzten Video Weihnachtstierweis gezeigt. Einmal diese Glitzervase. Die habe ich bei der hier in Libyan YouTube, The Beauty To Go gesehen. Müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Ich fand die so toll. Dann ein Bilderrahmen in der Schleife von Pinterest inspiriert. Und jetzt kommen wir auch zu den Schlitten. Und zwar habe ich hier so eine kleine Elche gebastelt. Die fand ich total süß. Und ich hatte die eigentlich vor, so an den Schlitten dran zu machen. Ich weiß noch nicht, ob es gut aussieht. Und dann noch einfach so ein Gefäß mit, was so leuchtet. Und dann habe ich hier noch solche kleinen Tannenbäume auch selbst gebastelt. Ja, das hatte ich eigentlich so vor. So würde ich sagen, ich gehe jetzt mal auf den Dachboden. Und hole es mir den ganzen Weihnachtskamm runter. Und wenn ich mich dann wirklich entschieden habe, den Tannenbaum mit runterzuholen müssen, die Kameralicht da weg, weil da kommt der Tannenbaum hin. Ja, also viel zu tun. Also würde ich sagen, wir starten mal. So, ich habe jetzt alles mal runtergezogen. Das ist alles, was ich gefunden habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so wenig haben. Das werdet ihr nachher dann sehen, was ich noch oben habe. Weil auf unserer Dachboden steht unwahrscheinlich viel Kram. Aber ich habe vergessen, euch Sachen zu zeigen, die ich noch gekauft habe. Also zeige ich jetzt mal kurz einen Überblick. Ich habe also meine Haare zurückgebunden, weil die mich sonst extrem nerven würden. Ich habe mich nämlich vergessen zu zeigen, dass ich neue Kugel besorgt habe. Weil die alten fand ich einfach nicht mehr schön. Das sind einfach solche Kugeln, rote Kugeln. Dann einen Beko-Teller haben wir hier noch. Silberne Kugeln. Ich weiß nicht, was hier drin Ostergras zu suchen hat. Dann haben wir noch die Tischdecke, hier die Tischläufer. Und eine neue Baumspitze. Auch in rot. Und halt noch Weihnachtsbilder. Ja. Das ist auf jeden Fall alles. Und ich würde sagen, ich brauche jetzt meine ganzen Herbstkram weg. Auf dem Flur steht nämlich auch noch was. Das habe ich nämlich vorhin gar nicht gezeigt. Wir haben auch noch einen Schuhschrank darauf. Bin ich auch mega stolz und mega happy. Hier steht nämlich auch noch Herbstdeko. Also muss ich das auch noch runter. Oh Gott, ich kann kotzen. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt mal an die Herbstdeko, alles auf die Couch zu schmeißen. Und dann mit mir die Tüte zuhören, alles an die Herbstdeko einzupacken und dann die Weihnachtsdeko auszupacken. Ah! Ich habe das jetzt gerade schon mal runtergenommen. Jetzt gehen wir kurz auf den Balkon und fragen uns mal kurz den Arsch ab. Das kostet nämlich auch alles leider Herbstdeko. Und so langsam steht ja Weihnachten vor der Tür. Also kommt das auch mit rein. Da steht auch noch Herbst- und Frühling-Sachen. Ich weiß, irgendwie habe ich das alles bunt gemischt. Ah Gott, nee, du. Leute, ich habe viel zu viel Kram. Hat man manchmal schon gesagt. Ich habe eigentlich dieses Verbot gehabt, Herbstdeko oder besser Weihnachtsdeko neu zu kaufen. Und ich habe trotzdem einiges gekauft. Ups! Ja, das ist typisch Frau und typisch Deko. Könnte man sagen. So. Ich würde sagen, der kann auch mal langsam rein. Das ist eigentlich zum Burger. Ich fand es total geil. Weil ab und zu mal gerne Burger essen. Und ja, auf dem Balkon ist jetzt alles weg. Und das würde ich sagen, geht es mal eben im Alltempo weiter. So. Da hatte ich die ganze Deko. Alles bunt gemischt. Ich habe ja noch mal eine Etagiere gefunden. Für die Weihnachtstüßigkeiten. Ich habe da die Kammerrichter schon mal weggenommen, falls ich mich doch entscheidete, den aufzustellen. Dann muss ich nur was machen, wenn ich bei meinem Tisch bleibe. Und dann habe ich auch noch, was ich ganz vergessen habe. Was gehört für mich zu Weihnachten und Herbst auf jeden Fall dazu. Das sind, ich bitte um ein Top-Secret-Geheimnis. Kerzen. Hier hinten habe ich eine rote, die auf den Balkon kommt, in dieses große Windlicht rein. Dann habe ich da hinten goldene, die angezündet sind. Rote, die angezündet sind. Dann habe ich hier welche, die nicht angezündet sind. Und mein Duft-Pourpourri, also ich habe hier meinen geheimen Kerzen-Vorrat, könnte man sagen. Die muss ich dann her auch noch ausstellen, weil zwei goldene Kerzen werden da reinkommen. Da werden die weißen rauskommen. Und ich würde sagen, wir gucken erst mal, wo wir Batterien austauschen müssen. Würde ich jetzt mal grob geschätzt machen. Bevor wir das machen, packen wir erst mal die Hepstick weg. Ich habe mir jetzt eine große Tüte geholt. Und da packen wir jetzt mal eben alles rein für nächstes Jahr. Genau. So, den Kürbis kann ich, glaube ich, wegschmeißen, weil er hier anfängt zu schimmeln. Schade, ist ja ärgerlich. Die habe ich mir, ich glaube, von Tumgott. Ich meine, die waren nicht teuer, eine Euro pro Stück. Aber trotzdem ärgerlich, ne? Wenn ich ihn jetzt auf den Dachboden packe, fängt er noch mehr an zu schimmeln. Also, auf gut Deutsch gesagt, gleich weg. So, meine ganzen Herbsachen stehen jetzt da. Alles eingepackt. Jetzt wollte ich mal sagen, hole ich mir mal die Batterien, die hier schon liegen. Und gucke erst mal, wo ich die Batterien austauschen muss. Ich habe festgestellt, es läuft noch verdammt viel mit Batterien. Zum Beispiel mein elektrischer Adventskranz. Die zwei Dinger hier und die beiden Bilder. Und das hier auch. Jetzt sehen wir, wenn ich jetzt mal gucken muss, ob man überhaupt mal funktioniert. Oh Gott, Hilfe. Okay, Batterien sind sehr widerschaunsfähig. Die haben alle schon funktioniert. Also da musste ich nichts austauschen. Da musste ich neue Batterien reinmachen. Das Bild hat hier auch noch tadellos funktioniert. Genauso wie das Bild. Und da musste ich einmal die Batterien ersetzen. Aber ansonsten hat alles wunderbar funktionobelt. Zumindest so halbwegs. Ja. Was ist das Nächste? Ich würde sagen, Fenster bekleben, oder? Würde ich jetzt mal grob geschätzt sagen. Ich habe hier eine neue Fensterbüter geholt. Und dann habe ich hier noch welche vom letzten Jahr. Und ich glaube, der Rest läuft eigentlich mit Batterien. Da muss ich mir aber nochmal kurz angucken. Wie ich sehe, gerade da ist ein Stück abgebrochen. Da werde ich mir jetzt mal eben kurz eine Heißklebepistole schnappen. Hallo, fokussiere. Danke. Und werde es mir schnell reparieren. Und jetzt, obwohl die Heißklebepistole heiß wird, kümmere ich mich jetzt erstmal um die Fenster. Ich habe mich umentschieden. Ich werde zuerst die Bilder aufhängen. Muss ich mal gucken, wo die alle hinpassen. Hups. Ach. Ich habe hier zwei Stück. Muss ich mal gucken. Adventskalender will ich hier auch irgendwo hinhängen. Muss ich mal schauen. Ich glaube. Das hier müsste eigentlich nicht das, sondern das andere, das hier, müsste eigentlich gut da hinten hin passen. Da halt. Ich habe mir gedacht, da habe ich es passen. Perfekt. Die Laura, da hatte ich das letzte Jahr auch hängen. Sollen wir mal kurz gucken, wo wir das andere Bild hinhängen. Müssten wir einfach mal schauen. So, und das nächste Bild hat seinen Platz gefunden und zwar hängt das jetzt in der Mitte. Und wenn das passt, wenn es passt, möchte ich dann gerne den Rossmann Adventskalender hier hinhängen. Wenn es passt. Aber ich würde sagen, das tasten wir jetzt mal eben schnell aus. Okay, ich musste sozusagen Löcherwechsel machen, weil hinten waren zwei Löcher drin. Aber ich musste Löcherwechsel machen. Ich musste da mit gewaltsamem Messer mit der Schere zwei Löffel reindrücken. Und es passt jetzt. Und ich finde einfach, das ist gar nicht mal so schlecht aussieht. Wenn ich da in die Stube reinkomme, kann ich dann einfach ein Türchen öffnen. Und der wird in die Küche kommen, weil das ein Tieradventskalender ist, den ich aber noch nicht aufgemacht habe. Den ich euch noch zeigen möchte. So. Ich stelle fest, Leute, ich habe viel zu viel Weihnachtskram. Ich werde jetzt mal gucken, ob die Heißklebstole heiß ist, um das Ding mal eben schnell zu kleben. So, und geklebt, das lassen wir jetzt ein bisschen trocknen. In der Zeit werde ich mich jetzt endlich mal an die Fenster machen, die ich jedem schon machen wollte. Für alle, die sich fragen, ja, ich habe heute Fenster geputzt. Ah Gott, musste endlich mal sein. So, das ist schon mal fertig. Einfach hier so eine Schneeflocke, da ein paar Schneeflocken. Ich finde, ein Fenster muss nicht übergemacht sein. Jetzt machen wir uns an das Fenster. Das Fenster ist aufwertig. Wir haben hier einmal die Kirche und einmal den Schlitten. So. Jetzt haben wir die Fenster fertig. Jetzt glaube ich, werde ich da einen Stern dahin machen. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Ich hoffe mal, dass die Glühbirne noch gehen. Die waren ein Jahr lang auf dem Dachboden. Wenn wir sehen können, die Glühbirne geht noch. Ich glaube, das kenne ganz gut aus, wenn die Gardine dahinter hängt. Und jetzt hängen wir nochmal schnell die Gardinen auf. So sieht das Ganze erst aus. Und ich finde es eigentlich mega, 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 mega schön. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall so lassen. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht noch ein bisschen Deko habe, was ich da raufstellen kann. Zum Beispiel die zwei hier. Die gab es aber bei Depot im Angebot. Und wenn ich da zwei Teelichter rein mache. Ob jetzt künstlich oder echte, das weiß ich noch nicht so ganz. Glaube ich, werde ich das so lassen. Ich habe aber noch ganz vergessen, dass ich die habe. Aber ich glaube, den werde ich so ein bisschen cutten und werde den dann hinlegen. Ich habe gerade mal Salatbrot. Irgendwie habe ich gerade Hunger. Dekorieren macht hungrig. Und werde das jetzt mal eben cutten und ein bisschen abschneiden. Und werde den, glaube ich, dann dazulegen. So, aber man gibt mir nicht was zum cutten, weil ich hier eins, zwei, drei, vier Stück habe. Aber an der Zeit, wo ich warte, werde ich schon mal zwei goldene Kerzen rausholen. Und werde die da oben mit dem weißen austauschen. So, ich habe sie jetzt ausgetauscht. Und die werden jetzt wieder nach oben kommen. Die habe ich übrigens alles von Ikea. Die Kerzen sind validiert, die Gläser sind von Ikea. Und halt auch, diese Steine sind auch von Ikea. Ich habe allerdings hier noch ein Bild mit den Kugeln. Ich weiß nicht, wo ich das hinnehme. Da hängt eins. Aua. Da hängen zwei. Eigentlich müsste es hier hin. Aber ich glaube, da ist es ein bisschen zu groß für. Muss ich einfach mal schauen. Ich habe das jetzt mal abgehangen und probiere, was da hinkommt. Aber ich finde einfach, das ist ein wenig zu viel. Da passt es nicht hin, da sind die Nägel zu weit auseinander aus. Ich hänge mir jetzt noch ein Nagel rein, was total unlogisch wäre. Also muss ich gucken, dass ich da einen anderen Platz finde. Wahrscheinlich am Flur. Wahrscheinlich hier hin oder so. Dass ich den Bitterrand dann wegnehme. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Und da kam es irgendwie verloren vor. Ich werde jetzt das Bild von uns beiden abhängen und werde den mal in die Mitte hängen. Ich glaube, das sieht, glaube ich, besser aus. Ich muss sagen, jetzt bin ich zufrieden. Das sieht richtig riesig aus, wenn die Schleife da unten hängt. Finde ich super. Die Schleife habe ich übrigens von Nanunana. Warte, ich sage, machen wir mal weiter. Mit, ich weiß immer noch, auch ein Cup-Ding. Ich würde sagen, mit dem Schuhschrank. Ich weiß noch, dass ich den Schuhschrank ein bisschen mit dekorieren. Der ist ja relativ leer jetzt durch die Herbstdeko, dass die weg ist. Also, wenn ich es mal gucken, was ich hier jetzt hier aufstellen kann. So, ich habe jetzt einmal alles runtergenommen. Ich hatte jetzt eigentlich vor, den Dicken Schuh aufzumachen, hier so ein bisschen hinzustreuen und dann die Figuren darin zu machen. Ich hoffe mal, dass das gut aussieht. Guckt euch das mal an, ist das nicht so putzig? Ich finde das so geil. Das kriegt die übrigens aktuell bei Action. Ich fand das so, 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 so süß. Da gibt es auch noch so verschiedene Laternen und halt auch andere Muster. Aber ich finde, das passt ganz gut. Leute, guckt euch das mal an, ist das nicht zu geil? So hatte ich es mir gar nicht genau vorgestellt, dass hier einfach so ein bisschen Schnee liegt. Einfach nur so ein bisschen grob geschätzt verteilt. Und es kommen dann die restlichen Sachen drauf, die ja vorher auch draufstehen. Und zum Beispiel ein Ding für Post. Ja. So, und so hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Ich finde, das sieht richtig, richtig geil aus. Also, ich glaube, ich muss auf einmal nochmal eine Action-Mit. Darf man nochmal eine Stadt besorgen? Weil ich es einfach zu geil finde, wie das aussieht. Finde ich echt cool. Also, hätte ich echt nicht gedacht. Damit ist das ja schon schön. Wer du nicht findet, einfach nur so geil. Finde ich echt cool geworden. Hätte ich nicht gedacht. Oh Gott. Ich habe so viel Kram noch. Ja. So, wenn wir das machen, machen wir mal weiter. Mit dem Küchenfenster, würde ich jetzt mal sagen. Dass wir das mal wieder mitnehmen und mich jetzt erstmal an das Küchenfenster machen. So, mein Mann hat mir jetzt gerade noch was zum Kappen gegeben. Ja, du bist gleich da, ich weiß. Und werde das erstmal kappen und werde das dann oben erstmal fertig machen. Also, ich hatte das zwar gerade liegen, aber es sah irgendwie so bescheuert aus, Leute. Ich weiß nicht, ich wollte das gar nicht, aber ich zeichne das gerne einmal. Jetzt erst einmal so. Und einmal so. Jetzt zeichne ich das einmal von weiter weg. Und seht ihr, was ich meine? Das sieht irgendwie total doof aus. Irgendwann hätte ich das besser in Erinnerung. Also würde ich die Fernsehbank jetzt genauso lassen, wie sie ist. Aber, das ist noch eine Idee, ich habe eine Lichterkette gefunden. Und die werde ich jetzt hier noch so drum legen. Mal gucken, ob das auch gut aussieht. Ich habe einfällt, dass die Lichterkette nicht nehmen kann, weil die Lichterkette hier mit rein gehört. Dann habe ich hier noch mehr Weihnachtsbilder. Und ich hole mir extra weg. Und dann haben wir auch noch den hier. Den habe ich mal letztes Jahr von dem Weihnachtsbasar von meiner kleinen Schwester mitgenommen, weil ich den sehr cool fand. Deswegen werde ich jetzt wieder den Kunstschnee holen, den da drin aufverteilen. Und werde dann die Lichterkette da mit rein machen. Das nächste Dekotablett fertig ist. Jetzt einfach nur so ein Dekotablett aus Holz von Action. Da habe ich dann die kleinen Bäume hier da reingestellt. Kunstschnee und eine Lichterkette. So, ich habe mich jetzt auch nochmal umentschieden. Und so habe ich noch dieses Snow von Action. Und ich finde, das sieht richtig toll aus mit den Weihnachtsbäumen, der Lichterkette, dem Kunstschnee und Snow. Perfekt. Ich weiß nur noch nicht, wo ich es hinstelle. Muss ich noch überlegen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal in die Küche und werde jetzt erstmal das Fenster dekorieren. Mit den Fensterbädern. Schon meine Fensterbäder. Jetzt werde ich jetzt mal die Fensterbank freiräumen. Und werde dann mal eben dekorieren. Ich bin dann auch im Fensterbäder. Ich will euch das sehen. Da seht ihr genau den Ausblick. Das ist das nicht, was ich will. Jetzt muss ich überlegen, was ich jetzt hier hinstelle auf die Fensterbank. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich drüben noch habe. Und ich bin froh, dass ich diesmal noch ein Fensterbäder geholt habe, weil irgendwie sind meine Fensterbäder so gut wie fast alle. Also gucke ich meine Stube, was ich mir da auf der Fensterbank hinstellen kann. Das war mir jetzt unschließlich zwischen dem hier. Aber da habe ich Angst wegen der Gardine. Also für mich jetzt hier ein paar Hintete drei Tatenbäder hinzustellen. Und dieses kleine Tablett aus Sternen. So, und damit ist die Küche auch fertig. Und dann machen wir mal weiter. Wieder mit der Stube. Das Arbeitszimmer machen wir jetzt zum Schluss. Also machen wir jetzt mal weiter mit der Stube. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit dem Tisch. Und das ist irgendwie das meiste. Man muss jetzt mal Platz machen. Allerdings weiß ich noch nicht, wohin mit dem nächsten Stern. Entweder Küche. Oder halt schön Arbeitszimmer hoch. Aber ich glaube, in der Küche kann da glaube ich auch ganz gut aussehen. Oder halt hier auf dem Dings. Ich muss erst mal gucken, wie er in der Küche aussieht. Und ansonsten packe ich ihn mal auf den Schuhschrank. Aber ich würde sagen, eigentlich der Schuhschrank reicht eigentlich. Der ist eigentlich komplett. Wenn ich jetzt noch den Stern da hin packe, dann ist das glaube ich zu überfüllt. Also werde ich mal gucken, wie der hier aussieht. So, ich glaube, ich lasse den Stern hier. Ich glaube, der passt eigentlich ganz gut. Ich glaube, mehr sollte hier auch gar nicht stehen. Dann nehmen wir die Tatenbäume mal wieder mit. Und damit ist die Küche jetzt auch komplett. Also machen wir jetzt endlich mal an den Stubentisch. Aber ich kann es vergessen, dass ich den Stern noch habe. Also, deshalb machen wir uns das jetzt mal an. Uh, den Stubentisch. Ich habe mich jetzt für den Tischläufer hier entschieden. Das Problem ist, mein Bügeleiser ist gerade kaputt und ich kann nicht bügeln. Das ist nicht schön, aber ja gut, okay, ich kann es jetzt nicht ändern. Muss ich dann einmal durchfaschen. Und dann muss ich mal gucken. Zur Not hilft ja vielleicht auch das Letteisen einmal weiter. Jetzt versuche ich sie gerade so ein bisschen mittig zu legen. Und will dann schon mal meinen Adventskranz hinlegen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr einen echten Adventskranz habt. Oder ob ihr auch einen künstlichen habt. Das interessiert mich auf jeden Fall. Und werden jetzt die Kerzen da reinstellen. Der Tisch ist auch komplett. Und zwar schnitt ihr einfach meinen Adventskranz. Daneben steht die Itagere. Für Süßigkeiten. Und jetzt werden wir noch mal die Kissen runternehmen. Und werden die Kissen da hinlegen und halt auch die Weihnachtsdecke. So, die mit den Kissen bin ich zufrieden mit der Decke noch nicht ganz oder weiß ich noch nicht, wie ich sie lege. So, langsam geht mir der Platz aus. Zumindest in der Stube. Weil hier werde ich es mir so nicht mehr drauf legen. Weil ich muss auch denken, ich habe davon noch meinen Essensadventskalender. Den muss ich hier hinstellen, weil ich sonst nicht weiß, wohin damit. Also muss auf jeden Fall da hin. Und das könnte ich jetzt eigentlich mal eben machen. Dann ist der nämlich auch schon weg. So, ich habe mir jetzt gerade noch mal zwei Sachen geschnappt. Denn wenn ich das Kalender will, noch nicht so wie ich das will. Also finde ich, im Badezimmer ist sowieso irgendwie keine Weihnachtsdeko. Aber das werden wir jetzt ändern. Ich habe hier einmal dieses Leuchtding und einmal das hier. Das Leuchtding wird auf jeden Fall da hinkommen. Und der wird da hinkommen. So, ich habe einmal das da und einmal das da. Da ist das Badezimmer auch schon mal geschmückt. Also ich finde, das Badezimmer kommt immer irgendwie zu kurz. Und ich finde, das macht sich da eigentlich ganz gut. So langsam haben wir auch nicht mehr viel. Ich habe immer noch mal einen Schlitten, wo ich noch nicht weiß, wohin damit. Aber ich glaube, ich habe schon einen Platz für meine Vase. So sieht die übrigens aus. Ich finde die sehr, sehr geil. Weil ich ja ein neues Regal habe für meinen Video-Hintergrund. Und das werden wir jetzt auch mal dekorieren. So, oh Leute, ihr wisst gar nicht, wie eng das hier gerade. Was seht ihr das? Wie das gerade so reinpasst ins Regal. Das ist echt der Wahnsinn. Das hätte ich niemals gedacht. Die Fotos werde ich jetzt mal hierhin packen. Die Vase kommt nämlich nach hier. Dann werde ich da noch eine Lichterkette rumpacken. Fotos mache ich mal eine Etage tiefer. Wohl. Ne, ich glaube, ich lasse die Fotos da und mache das Ding lieber eine Etage tiefer. Dann muss ich das gleich noch und frohe Weihnachten muss ich auch noch umändern. Also irgendwie komme ich heute aus dem Dekorieren gar nicht mehr raus. Ganz, ganz, ganz schlimm. Irgendwie werde ich überhaupt nicht fertig. Habe ich so das Gefühl. Habe ich so das Gefühl, dass ich gar nicht fertig werde. Ich suche noch eine Lichterkette. Die hat und zwar eine goldene. Ich muss mal kurz gucken, wo die abgeblieben ist. So, ich habe sie gefunden. Die werde ich jetzt da rumtüdeln. So, ich habe die Lichterkette jetzt mal da durchgefüllt. Und die hängt jetzt da. Hier bin ich noch nicht so ganz zufrieden, aber ich habe hier auch noch das, was da rein muss. Und meine Prospekte. Ich denke mal, dann reicht das hier auch an Weihnachtsdeko. Und wenn ich sage, wir fangen jetzt mal an, das Arbeitszimmerfenster zu dekorieren mit den Fensterbildern. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So, das Fenster ist jetzt auch fertig. Ich habe mich entschieden, einfach den Engel hier von Josy hinzustellen. Das Leuchtding hier, das. Und die Fensterbilder kleben auch schon alle. So, ich habe mich jetzt entschieden, jetzt doch den Weihnachtsbaum aufzustellen. Wenn ich jetzt arbeiten, dann mache ich gleich alles komplett. So langsam leert sich das. Unser Leuchten habe ich fast alle Räume fertig. Die Stube habe ich fertig. Das Badezimmer habe ich fertig. Die Küche habe ich fertig. Und das Arbeitszimmer so halb, halb. Da muss ich mal gucken, dass ich mein Schratzen ein bisschen schmecke. Und das Regal. So, bitte stellen wir uns jetzt mal den Weihnachtsbaum auf, damit wir das auch schon mal fertig haben. Und ja, und dann sind wir mal weiter. Den Weihnachtsbaum habe ich jetzt so gut, wie es geht, auseinander gepflückt, wie man auch sehen kann. Unser Bäumchen, wie meine Mama jetzt so schön sagen würde. Den werden wir jetzt, wenn das passt, in die Ecke stellen, wie letztes Jahr auch. Ich weiß auch nicht, ob ich den Tisch jetzt da stehen habe oder ob ich den wegnehme. Muss ich einfach mal schauen. Aber ich werde jetzt mal gucken, dass ich das mit den Kugeln schmücke, die da sind. Ja, das werde ich jetzt mal eben machen. Wollt ihr wisst jetzt gar nicht, wie lange das gedauert hat. Ich habe mir extra neue Kugeln geholt, weil diese Dinger nicht mehr so halten. Und jetzt waren da keine Haltedinger dran. Dadurch musste ich einige von den alten Weihnachtskugeln abmachen und die da dran machen. Oder halt vegan. Alter, das hat es echt gedauert. Boah, leck mich am Arsch. Alter, mein Rücken. So langsam hoffe ich mal, dass wir langsam dem Ende näher kommen. Dann habe ich hier noch das hier gefunden. Das ist auch noch rot und das werden wir jetzt auch noch da drum wickeln. So, so langsam kommen wir zu dem Ende. Das ist jetzt auch fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde, das passt. Oh Gott, meine Nase. Die bringt mich um. So, das sieht gut aus. Jetzt haben wir auch nicht wirklich mehr viel. Wir haben noch einen Schneemann und zwei, drei Kleinigkeiten. Also wir haben jetzt echt nicht mehr viel. So langsam geht es echt dem Ende zu. Dann haben wir natürlich noch die Renntiere und den Schlitten. Dann muss ich mal gucken, wo ich das lasse. Dann haben wir noch ein bisschen Kunstschnit. Das Tablett haben wir noch. Und ich glaube, das war es dann langsam auch. Boah, ich habe gerade Fenster auf, weil ich bin kurz vor dem Empfrieren. Also, ich habe jetzt noch mal zwei goldene Kätzchen da rausgenommen und habe die da reingepackt. Dann habe ich auch den Schlitten fertig gemacht. Ich habe mich jetzt entschieden, den Schlitten nach draußen zu stellen. Falls man abends mal auf dem Balkon sitzen möchte mit einer Decke. Dann habe ich mich entschieden, hier zwei Dinger hinzulegen. Und so langsam kommen wir dem auch ein Ende, weil wir haben nicht mal allzu viel. Das meiste ist eigentlich nur noch Klinkerkram. Hier haben wir noch einen Tischläufer. Der wird noch nach draußen kommen, auf dem Glastisch. So, ich habe mich entschieden, die Tischdecke hinzulegen. Wir haben es mittlerweile spät. Ich bin seit ungefähr vier Stunden Arbeit zu dekorieren. Da haben wir die rote Kerze drin. Dann habe ich hier noch einmal mein goldene Steakmutterbleib mit der goldenen braunen Kerze. Das kommt jetzt noch mal ins Arbeitszimmer mit rein. So, ich zeige euch alles noch mal genau am Ende. So langsam kommen wir der Sache näher. Dann haben wir ja hier noch mein selbstgebautes Glitzerding. Das würde ich, ich glaube, auf der Fensterbank stehen. Ich glaube, da kommt das ganz gut zur Geltung. Und dann stellen wir das nämlich hier mit zu. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und dann stellen wir da mit hin. Dann haben wir hier bei den Stern ein bisschen verbogen. Den Tannenbaum können wir da stehen lassen. Dann haben wir jetzt noch theoretisch den Schlitten, die Renntiere, das goldene Tablett und den Schneemann. Und der Rest ist eigentlich Müll. Könnte man so sagen. Ich muss mal kurz gucken. Wir haben theoretisch jetzt noch das goldene Deko-Tablett, die Tannenbäume, den Läufer, ein bisschen davon noch. Und das war es eigentlich schon. Würde ich sagen, räume ich mal ein bisschen auf. Pack die drei Sachen hin. Noch wohin, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Und dann zeige ich euch die endgültige Weihnachtsroom-Tour. Eine Kleinigkeit würde ich hier nur zeigen, bevor ich jetzt die finale Room-Tour zeige. Und zwar habe ich die hier noch an die Tür gehängt. Das zeige ich hier nämlich jetzt, weil es wäre eine Chance, wenn ich euch das gleich zeigen würde. Also würde ich sagen, starte mit der finale Room-Tour. Hier kommt rein. Da hängt erstmal hier dieser schöne Weihnachtsmann. Trotzdem ist das Guckloch noch dran, damit ich gucken kann, wer da vor der Tür steht. Ja, hier steht jetzt die Wäschestelle, um euch zu zeigen, dass es gleich in der Stube weiter geht. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit der Küche. Küche, wie ihr seht, habe ich jetzt nicht viel gemacht. Hier habe ich jetzt noch ein Ding hingestellt. Da steht jetzt der Stern, der Engel und halt die Fensterschmücker sind auch da. In der Küche ist jetzt nicht viel, was man hätte viel machen können. Im Flur habe ich noch diese Vase hingestellt, die leuchtet. Und ich fand die mega cool, ich finde die passt. Dann haben wir ja hier diesen Kunstschnee mit diesen Figuren und den Bäumen. Das Badezimmer zeige ich euch gleich. Dann, wenn wir hier in die Stube reinkommen, haben wir da den Tannebaum. Hier haben wir das beleuchtete Bild, auch wenn man das jetzt auf der Kamera nicht so deutlich erkennen kann. Dann haben wir hier drunter den Adventskalender. Den haben wir schon in den Tannebaum. Ja, 23. Guten Morgen. Da haben wir jetzt die zwei goldenen Kerzen und das Holzding. Hier habe ich mich jetzt entschieden, das neue Ding hinzupacken. Dieses Leuchtding, was ich euch gezeigt habe, was ich neu gekauft habe. Da habe ich die Weiteren auch mal ausgewechselt. Wurde mal Zeit nach langer, langer Zeit. Hier habe ich die Fensterbank jetzt theoretisch das Ding hier hingestellt. Den Stern, den Tannebaum und die zwei Teelichter. Hier habe ich jetzt nicht wirklich viel verändert. Einmal nur die Etagere, den Adventskranz und die zwei Dinger hier. Es ist jetzt. Dann haben wir da diese kuschelnde Ecke mit den neuen Kissen und der Decke. Hier haben wir natürlich auch die Fensterbilder. Genauso wie auf der anderen Seite. Das zeige ich nur eben auf dem Balkon. Balkon habe ich jetzt hier die Äste hingelegt. Uh, ist das windig. Und da ist übrigens das Windlicht mit der großen Kerze. Dann habe ich jetzt hier meinen Schlitten hingestellt. Und mit der Tischdecke. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Uh, schnell wieder rein. Ich bin kurz vorm Aufrieren. Und dann zeige ich hier nochmal eben das Arbeitszimmer. Im Schlafzimmer habe ich jetzt nicht wirklich viel gemacht, weil da halten wir uns hier auch schon für schlafen auf. Als habe ich das Schlafzimmer so gesehen, weggelassen. Das Arbeitszimmer. So sieht mein Regal jetzt aus. Hier haben wir einfach noch so eine kleine Dekoschale. Da werden einfach so Bonschen reinkommen. Dann haben wir ja hier dieses Tablet. Ich finde, das passt wunderbar. Da haben wir hier einfach zwei Fotos. Und zwei Jahre Beauty-Bot. Habe ich noch nicht umgeändert. Dann habe ich jetzt hier meine Vase hingestellt. Und die Kerze. Da haben wir die Lichterkette. Und hier habe ich mich jetzt mein Schild mit den Rentern hingestellt. Und hier habe ich dann halt noch so Watte hingepackt zum Flauschen. Früher hatte ich die Watte da drin, aber jetzt habe ich den Kunstschnee. Ich finde, das passt einfach besser. Und hier habe ich jetzt den Engel, das Leuchtigen. Das hier, da brauche ich unbedingt noch eine Dekerze. Da habe ich keine mehr. Und dann haben wir hier auch noch die Fensterbilder. Und jetzt zeige ich Ihnen kurz das Badezimmer. Und jetzt zeige ich Ihnen in das Badezimmer. Da habe ich jetzt nicht wirklich viel verändert. Da habe ich einmal noch dieses Leuchtding hier. Und einmal das hier. Und jetzt werde ich mich in der Info verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie ich die kuriert habe. Das ist mittlerweile 18 Uhr. Ich habe jetzt fünf Stunden gebraucht. Das ist ein neuer Weltrekord von mir. Ich habe eine Nase. Das war echt lange heute. Aber in der Hinsicht, ja. Ich versuche natürlich alles zu haben, wie ich es gerne hätte. Und das habe ich jetzt auch geschafft. Gott sei Dank. Und jetzt kann ich den Rest des Abends entspannen. Ich habe um 12 Uhr angefangen. Das stimmt gar nicht. Um 14 Uhr habe ich angefangen. Das ist trotzdem krass. 15, 16, 17, 18, vier Stunden habe ich gebraucht. Ups. Also kam jetzt natürlich auch alles gut zu Geltung durch das Licht. Und ja. Gebt dem wieder für immer einen Daumen nach oben. Abonniert mich. Das können Sie natürlich gerne kostenlos tun. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder.